Hallo, ich bin Patricia Bender, Divine Business und Empowerment Coach von MyWellFeeling GmbH. Mit diesem Programm, Divine Revolution, habe ich wirklich meine zwei Herzensangelegenheiten zusammengebracht, und zwar erfolgreiche Frauen im Business, unabhängige Frauen im Business zusammenzubringen mit einer Leadership-Mentalität, in der die Frau stark verankert ist, in sich selber ruht und vor allem sich selber dahin führt, wo sie gerne sein möchte. Sich selber in eine Vision führt, die sie für sich und für ihr Leben hat. Ja, und warum Divine Revolution oder Divine Evolution eigentlich das Business-Programm ist, das du buchen solltest, wenn du es ernst meinst, mit deinem Business die Welt verändern zu wollen. Und hier bekommst du einen Zugang zu deinem Divine Business Mindset und gleichzeitig arbeiten wir an dem strukturellen Aufbau deines Unternehmens. Und was meine ich mit Divine Business Mindset? Das ist ein Mindset, in dem du genau weißt und erkennst, dass du Schöpfer, alleiniger Schöpfer deiner Realität bist. Und in dem du weißt, dass es keine Kraft außerhalb von dir gibt, die auch nur irgendeinen Einfluss auf dein Schaffen, erschaffen und schöpfen hat, wenn du es nicht zulässt. Und ja, was erwartet dich in diesem Programm Divine Revolution? Und zwar erwartet dich genau dieser Aufbau deines Business Mindset. Und die Basis für dein Business ist dein Divine Design. Nein, darin musst du verankert sein. Und mit Divine Design meine ich, dieses Sein, dieser Seinszustand, dieses Wissen, dieses Selbstkonzept, dieses Selbstbild von dir, wenn du erkennst, dass du keinen Fehler hast, keine Sünde, keine Sünde begehen musst, keine Bedingungen erfüllen musst, sondern dass du per se schon in absolute Liebe und Perfektion gedacht bist. Und wenn du diesen Seinszustand verankerst, dann bist du im höchsten schwingenden Seinszustand, aus dem du dein ganzes Leben kreierst. Und aus diesem Grund abarbeiten wir auch dein Lebenskonzept aus dieser Perspektive. Weil aus einer kleinen, beschränkten Perspektive, wo wir meinen, wir sind hier ein Mensch, der sich mit den Umständen abfinden muss, in die er geboren worden ist, nimm dir eine ganz andere Perspektive ein und erarbeiten dein Lebenskonzept aus deinen allerhöchsten Wünschen und Vorstellungen. Und da erfährst du eben gleichzeitig einen Bewusstseinsprozess über deine wahre Identität, eben als absoluter Schöpfer, als absolute Schöpferin. Und genau so strukturieren wir dann eben dein Business. Und es ist logisch, dass aus diesem Seinszustand eine Struktur entsteht, die leicht und fließend ist, die dich erfüllt, die dich unterstützt und nicht eine Struktur, die dich dazu führt, ganz viel zu tun zu müssen, machen zu müssen, um irgendetwas zu erreichen. Nein, es geht darum, dass du diese Frau jetzt schon verkörperst, die ihr Business erfolgreich führt und damit die Welt verändert. Ja, die Welt verändert. So, und weiter geht's. Divine Evolution ist also die Verbindung zwischen deinem Divine Design und deinem Business Konzept. Es ist genau das, was für dich gedacht ist. Es ist genau das, was für dich stimmig ist. Es ist genau das, was sich für dich harmonisch anfühlt, wenn du in deiner absoluten Wahrheit bist und keine Ängste, keine Einschränkungen mehr für dich als wahr erkennst. Also, wir verbinden dein persönliches Divine Design mit einem strukturiert aufgebauten Business Konzept, welches dir ermöglicht, als selbstständige Unternehmerin in deinem Markt Fuß zu fassen und dich zu etablieren. Und du entscheidest, was dein Markt ist. Du entscheidest, was dir entspricht. Und deswegen gilt es für alle Bereiche, egal ob Network, als Künstlerin, als Fachwirtin, als Lehrerin, als Erzieherin, als Virtuelle oder als Business Assistentin, als Energetikerin, als Pflegefachfrau, als Heilpraktikerin, als Medizinerin, als Juristin oder als Coach oder Beraterin. Egal, es stimmt für alle und für jeden. Und du musst einfach wissen, und das werden wir für dich erarbeiten, wer du bist als Businessfrau, was du dir von deinem Leben erwartest, wie das alles zusammenpasst in ein Lebenskonzept, wo alle Lebensbereiche, auch Gesundheit, auch Familie, auch Liebe ihren wichtigen Platz haben. Du erfährst, welches Mindset du brauchst und du lernst es zu verkörpern. Du lernst es, diese Frau zu sein. Du lernst die wichtigsten Tools für dieses Unternehmen, dass du dieses Unternehmen auch tatsächlich hier umsetzen kannst und führen kannst. Und vor allem geht es darum, dass du dein Unternehmen repräsentierst, ohne Angst, ohne Einschränkung, ohne Zurückhaltung. Weil eines der vielen Gründe, wieso Frauen sich immer noch klein machen, obwohl sie auch vielleicht selbstständig sind und schon selbstständig arbeiten, ist, dass sie sich wirklich immer noch irgendwelche Gründe im Hintergrund einreden, warum sie sich ein bisschen zurückhalten müssen. Und diese Gründe sind eben dieser kleine Unterschied, ob du vollkommen erfolgreich bist oder eben nur ein bisschen. Ja, die Divine Revolution ist der nächste Schritt in einem außergewöhnlichen Leben, weil wenn eine Entscheidung für dich bedeutet, du möchtest hier die Frau sein, die ihren Beitrag, ihre Wirkung leistet und erzielt, dann geht es auch darum, dass du dir erlaubst, diese Freiheit zu genießen, deine eigenen Angelegenheiten, dein eigenes Business auf die Art und Weise zu präsentieren, repräsentieren und umzusetzen, wie es dir entspricht. Und ich sage immer wieder, wie es dir entspricht. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, den wir herausfinden, was dir wirklich entspricht, wenn nicht irgendwas umzugemacht werden muss, was dir tatsächlich einfach, zweifelsfrei und ohne Einschränkung entspricht, das herauszufinden, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in diesem Programm. Weil nur dann kannst du ein Business, ein Business-Konzept genau so führen und umsetzen, wie es dir entspricht, wie du es gerne hättest. Ohne Wenn und Aber, sondern einfach nur, weil es so ist, wie es für dich stimmig ist. Und nur für dich muss es stimmig sein, nicht für irgendjemand anderen. Weil die Gesetze des Universums, die Gesetze der Schöpfung, die Gesetze des Lebens, die folgen nur dir. Und es ist völlig egal, was andere meinen, denken oder tun. Dieses Programm ist für dich, wenn du das Gefühl noch hast, du hast ein mangelndes Selbstbild, dir mangelt es noch an Selbstliebe und an Selbstbewusstsein. Wenn du Angst hast, Vorsichtbarkeit, dich sehen zu lassen, wenn du immer noch irgendwo meinst, du müsstest dich verstecken, weil du Angst davor hast, nicht zu genügen, nicht gut zu sein, weil du eben insgesamt falsche Vorstellungen vom Leben hast, weil du dich noch zu sehr einschränken lässt von den Dingen, die man dir mal erzählt hat oder die du gerade im Außen siehst. Und das vor allem, aber nichtsdestotrotz hast du genug von diesem blöden, einschränkenden und unterdrückenden System. Ja, und du willst eine Businessfrau ohne Kompromisse sein. Du musst nichts irgendwie machen müssen, weil man es halt so macht, sondern du möchtest alles nach dir, nach deiner Art, nach deiner Fasson machen. Du willst dich tatsächlich nicht weiter verstecken, weil du doch irgendwo weißt, dass du etwas Besonderes bist, schon allein deswegen, weil du hier auf Erden bist. Du möchtest dir selbst vertrauen und dich selbst lieben, eine Persönlichkeit verkörpern mit ihrer höchsten und schönsten und fehlerfreisten Identität. Du möchtest dich selbst reich fühlen, deine wahrhaftige Authentizität zeigen und damit ein nachhaltiges und natürlich erfolgreiches Business aufbauen. Und deswegen kannst du jetzt mit der Veränderung beginnen. Du kannst komplett und ganz sein, es fehlt dir nichts, du hast alles, was es braucht. Du kannst den Menschen verkörpern, der du sein möchtest. Du kannst ganz tief ins Vertrauen gehen, dich anlehnen und loslassen und deinen Bewusstseinsprozess starten und nie wieder aufhören und somit deine wahre Identität entdecken und dich allzeit immer gut und richtig und am richtigen Ort und zur richtigen Zeit einfach nur gut angekommen in Harmonie und Frieden fühlen. Hier bieten wir dir acht Module in vier Monaten, um dein Business und natürlich dein ganzes Leben zu verändern. Es ist eine 16-wöchige Reise, in der wir uns im ersten Schritt um dein Business Mindset und dein Divine Design kümmern. Dich aus der Angst herausbringen, aus den Zweifeln herausbringen und dir zeigen, wie du jemand sein kannst, deinem Verstand zeigen und erklären, der jemand verkörpert, der eine coole und wichtige Message hat oder ein geiles Produkt verkauft. Du lernst zu verstehen, wie du mit der Energie, die du aufnimmst, umgehen kannst und was du damit erreichen kannst und dass du eben verstehst, wer du sein musst, um diese erfolgreiche Frau im Business oder im Network zu sein und deine Business-Persönlichkeit einfach die ganze Welt erstrahlt und dass das alles schon in dir schlummert, das wirst du in dieser Reise lernen. Und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, einen Kick-Off zu buchen für nur 2200 Euro mehr auf einer Yacht am Roten Meer. Wir machen Coaching in einer luxuriösen Umgebung. Du machst gleichzeitig Wellness, Well-Stealing, Sport, du hast All-Inclusive-Service mit gesundem Essen und du kannst Kitesurfen probieren, Schnorcheln, mit Delfinen schwimmen, wenn sie denn da sind. Du kannst Tauchen probieren. Das alles ist da dabei. Ja, das erste Modul, was ist dein Business? Das würden wir eben auf dieser Yacht vertiefen. Wenn du aus irgendwelchen Gründen nicht mit kannst auf diese eine Woche, die im April, höchstwahrscheinlich am 16. April in den Osterferien stattfindet, kannst du das auch online mitmachen. Aber natürlich ist es viel besser, wenn du in Person dabei bist und gleichzeitig noch die Leinen löst zu deinem alten Leben, zu deinen alten Vorstellungen und zu deinem alten Mindset. Und gleichzeitig kannst du natürlich deine Family oder auch Friends mitnehmen auf die Yacht. Ja, die Family und Friends würden dann einfach nur von dem wunderbaren Side-Programm profitieren, während du gleichzeitig in Freude und Leichtigkeit genau den Kick-Off für dein eigenes Business startest. Im zweiten Modul gehen wir darauf ein, was das richtige Business-Konzept für dich ist. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, dass wirklich dein Seinszustand 95% von deinem Erfolg ausmachen und 5% sind Business-Tools, die du kennen musst, aber auch nicht selber unbedingt alle anwenden musst. Du musst einfach nur wissen, wie es geht. Ja, und dann gehen wir weiter zum dritten Modul. Self-Leadership als Business-Frau, ein Selbstkonzept und ein Lebenskonzept, das dich in deinem Divine-Design verankert. Und das ist so, so wichtig, dass du hier deine Basis findest, dass du hier deinen Rückhalt findest und wirklich stabil bist, nicht mehr irgendwelchen äußeren Einflüssen, Situationen, Meinungen, Gerüchten, Erzählungen ausgeliefert bist, die dich dann wieder ins Wanken bringen. Modul 4 ist das Konzept, das Prinzip des Divine-Marketing und zwar ein Marketing-Konzept nach göttlichen Prinzipien und die göttlichen Prinzipien sind die Schöpfer-Prinzipien. Das sind die Prinzipien, dass du festlegst, wie die Dinge sind, dass du die einzige wirksame Kraft in deinem Marketing auch bist. Dann kommen wir zum Modul 5, das ist dein Divine-Signature-Angebot. Hier erarbeiten wir für dich eine Produktpalette, die dir entspricht und für die du brennst und wo du einfach nur stolz und leidenschaftlich die Repräsentantin dieses Angebots bist und dich keiner Weise irgendwie schämst und zurückhaltend bist, weil wir auch im Modul 6 das Divine-Pricing und Divine-Sales anschauen und hier dein Angebot immer in der Abstimmung mit deinem Selbstwert steht, mit deinem Selbstkonzept und in einem Shop, also egal was du dein Shop ist, ob es online ist oder ob es auch offline ist oder ob es ein Live ist oder ob es eine Präsentation ist, es ist alles dein Shop und in diesem Shop kauft man gerne und mit Begeisterung ein. In Modul 5 geht es genau um diese Business-Tools und die Umsetzung und hier lernst du Business-Werkzeuge und Fähigkeiten kennen, Fähigkeiten kennen, die du brauchst, um dein Business zu führen, also wirklich von der Homepage bis über E-Mail-Marketing. Wir werden diese ganzen Tools mit dir anschauen. Du wirst sie kennenlernen und wirst dann selber entscheiden, was du selber umsetzen möchtest, was dir entspricht, wo du vielleicht Hilfe über eine Virtual Assistant in Anspruch nehmen möchtest. Das darfst du alles, alles entscheiden. Wichtig ist nur, dass du die Auswahl kennst der Möglichkeiten. Und dann Modul 8 ist die große Business-Eröffnung. Du und dein Business sind eins, die Tore zu deinem Business werden geöffnet und du repräsentierst dein Business als Leaderin und Vorreiterin. Und das ist also so der große Trommelwirbel, wo du keinen Zweifel mehr hast, dass du das Richtige tust und dass du damit erfolgreich sein wirst. Und zwar über allemaßen erfolgreich. Also hier geht es um 16 Wochen, um vier Monate. Zwei Calls pro Woche. Pure göttliche Kraft für dich und dein Business. Der Start ist am 29.03. Wir haben dieses Kick-Off-Event, was optional ist, was ich dir aber wirklich ans Herz lege. also deswegen auch in den April, in die Osterferien in Deutschland hauptsächlich hineinverlegt haben. Bis am 3.1. hast du noch den Early Bird Preis. Du kannst buchen für 7.000 Euro das ganze Programm. 4 Wochen 100%ige Unterstützung für dich und dein Business. Vier Wochen, vier Monate. Und du hast deine Business-Eröffnung nach diesen vier Monaten. Und wir werden alles geben, dass alles, was dich noch bremst, was dich noch ein bisschen klein macht, was dir noch ein bisschen Angst macht, was dich noch ein bisschen einschränkt, dass wir das wirklich auflösen, dass du die Frau bist, wirklich fest verankert in einem erfolgreichen Business, das die Welt verändert. Weil grundsätzlich sind wir alle hier auf dieser Welt angekommen, um die Welt zu einem großartigen, wunderschönen, lebenden Platz in Fülle Gemeinsamkeit und Vertrauen zu machen. Und jeder hat einen Genius, einen Beitrag hier zu leisten und er spürt es. Und das ist einfach wichtig, dass wir das wissen und auch wissen, dass es kein schwerer Akt ist, sondern eine leichte, freudige Aufgabe, die wir gerne umsetzen. Also, wenn mich das anspricht, buchst du uns noch einen Infocall mit mir oder auch der Larissa. Du findest den Kalender von uns, beide Kalender auf meiner Homepage mywellfeeling.com Buche dort deinen Call, stelle deine Fragen und entscheide dich. Wir sind ready und bereit, dass du auch noch diesen Einsteigerbonus nutzen kannst und 1.500 Euro sparen kannst. Es ist ein Business-Programm. Wenn du mir vertraust, du wirst so viel Zeit sparen und du wirst nach zwei Monaten durchstarten können. Und gleichzeitig gibt es noch ein anderes Video, das ich dir hier auch noch ans Herz lege. Das ist auch auf meinem YouTube-Kanal. Du findest auch den Link dazu auf Divine Revolution, wo ich mit der Dani Götte zusammen drüber spreche, was du vor allem in Deutschland für Möglichkeiten der Finanzierung hast. Auch hier ist es für alles gesorgt. Wenn du bereit bist, wir sind bereit, dich zu unterstützen und in dein Traumbusiness zu bringen, so, dass es dir 100% entspricht und dich deine wahre Version, deine Divine Version von dir repräsentierst. Alles Liebe und ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis dann!